So, Battle Royale, da ihr wollt mich veralbert. Die diesjährigen Ausnahmen des Zuferschlechters aus Überleben haben ihren Wert unter Beweis gestellt. Es ist an der Zeit, dass die drei Teams um die Titel des Meisters kämpfen. In diesem Kampf alle gegen alle tritt jede Gruppe gegeneinander an. Okay. Wollen wir aber noch nicht. Wir laden erstmal das hier. Und stellen uns als nächstes den Slayer. Also den Auserwählten des Slayers. Ah, Wettbewerb des Schlechters. Gegen die Drachenjäger. Zurück bin ich kein Drache, ich bin schlimmer. Ich habe schon ein paar Drachen erlegt. Unsere stärksten Krieger stehen siegreich auf den leichten Schlechters. Die Zeit ist gekommen, da all jene, die den Titel des vom Schlechter auserwählten, für sich beanspruchen, ihre Stärke unter Beweis stellen müssen. Du sollst jetzt mal zu einer Aggressionsgruppe gehen. Die einzigen Anwärter, die unsere bisherigen Prüfungen überlebt haben, sind hier die Drachenjäger und der Wächter. Wer ist stärker? Hörst du das, Wächter? Das ist der Klang deines Untergangs. Er hebt seine Faust und badet in der Bewunderung der Menge. Geben wir diesen Leuten, was sie wollen, Leute. Er zieht seine Waffe. Ich kämpfe nicht gern gegen eine Stande, aber für diesen Trottel mache ich eine Ausnahme. Das hier wird wahrscheinlich diesmal nicht so gut klappen. Genau, weil wir vorher enttarnt werden. Die haben diesmal aber alle Namen. Oh, windende Tentakel, wie nervig. Eine Feuchtsprache auch noch, okay. Also nochmal erstmal einen Überblick verschaffen, wo der Magier steht. Der muss als erstes sterben. Magier sind nämlich immer nervig. Ja, ja. Okay, der Magier ist da hinten. Überblick kann ebenso tödlich sein wie mangelnde Vorbereitung. Aber wir sind eigentlich vorbereitet. Also Begehrer muss weg. Ja. Ne, es war nicht Begehrer, es war der weiße Allriff. Da, Prückel auf den einen. Äh. Fenria. Ja. 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 Das wird gar nicht aussehen. Nein. Keine. Jäger. Ja. 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 Ich könnte das gleich wahrscheinlich so machen und am besten von vorne angreifen. Weil wenn Anuf mit dem Ding auf sie schießt, ist sie ziemlich schnell tot. Untertitelung des ZDF für's. Okay. Ha, das hat gut geklappt. Jetzt ist sie nämlich ganz vorne. Und nochmal brüllen. Du, lass Fenrir totstellen. Du, bist du bei deinem Avatar. Und fackelt die Dabba ab. Gut, der Drache ist weg, äh, ist abgeklungen. Äh. Über den Wolfsgefährten weg. Erst mal die da weg, die Aloft bedroht. Ein Herzschuss für den Anführer. Soh. Soh. So, der Rundumschlag hat gesessen. So, jetzt ist noch der übrig. Und der ist auch tot. Und das ohne, dass einer von uns gefallen ist. Yay. Ich kann sie wieder nicht ins Rad leiten. Nein. Also zurück. Da ist eure Antwort. Erhebt eure Stimmen. Besinkt den Zorn des Wächters. So preist den Auserwählten des Schlechters. Schärft eure Klauen. Als nächstes stellt ihr euch den Auserwählten, Suchern und Überlebenden. Kehre zum Becken der Erinnerung zurück. Jeder Moment bringt dich dem Tod näher. Ja. Das war der Slayer. Fehlt nur noch der Survivor. So, warten wir mal kurz, bis sich alle regeneriert haben. Dann speichern wir. Und dann können wir eigentlich gleich laden. Und jetzt Survivor machen. Flop. Ah, das wäre dann... Ups. Na... Den löschen. Speichern. LP 076 Slayer. So. Und wir laden... Noch ein letztes Mal... Den Spielstand. Ja, Seeker war wirklich recht einfach, weil ich... ...nen ziemlich bösen Erstschlag hatte. Könnte man fast schon als nuklearen Erstschlag bezeichnen. Weil die sind lang im Meteoritenschauer gestanden. Okay. So. Von der Glam verstand ist die Bande des Bären eine Gruppe von Weinträften und Druiden. Die sich unter ihrer Hingabe verheißt Bärenartigen Verein. Mit seinen gezähmten Hausbären und seinen Gestaltwandlungszaubern ist das Team eher eine wilde Naturkraft hat als eine traditionelle Söldnerbande. Verbande. Jo. Also Weitläufer, Druiden, Bären. Wie. Willi. Was. Wória.